Hallo und herzlich willkommen. In diesem Videotraining schauen wir uns die Verwaltung von Einzelverkaufs- und Staffelpreisen in den Artikeldetails an. Öffnen wir zuerst die Artikeldetails. Jetzt wählen wir im Reiter die Plattform aus, für die wir den Preis anpassen möchten, in unserem Fall unser JTL-Shop. Mit einem Doppelklick in der Zeile der Kundengruppe öffnen wir das Menü für die Anpassung von Einzelverkaufs- und Staffelpreisen. Im oberen Bereich befindet sich die Steuerung für den Einzelverkaufspreis der ausgewählten Kundengruppe, in unserem Fall also Endkunden. Standardmäßig ist die oberste Option aktiviert. Hier wird der Standardpreis des Artikels für die Kundengruppe benutzt. Mit der zweiten Option können wir einen festen Einzelverkaufspreis für die Kundengruppe eintragen. Wenn wir die Einstellungen mit OK bestätigen, sehen wir, dass der Einzelverkaufspreis für die Kundengruppe Endkunden im JTL-Shop entsprechend angepasst wurde. Mit einem Doppelklick direkt auf den Preis könnten wir diesen hier jetzt auch anpassen. Wir müssten also nicht immer dafür ins Menü. Gehen wir nochmal ins Menü zurück. Diesmal aktivieren wir den prozentualen Nachlass und tragen 10% ein und bestätigen unsere Einstellungen wieder mit OK. Bitte beachten Sie, dass als Berechnungsgrundlage für die 10% Nachlass der Standardverkaufspreis brutto herangezogen wurde. In unserem Fall wurden also 10% von 24,32 Euro benutzt, um den neuen Einzelverkaufspreis im Shop zu berechnen. Schauen wir uns jetzt die Einrichtung von Staffelpreisen an. Dafür öffnen wir wieder das Menü. Staffelpreise werden im unteren Bereich des Menüs gesteuert. Im Moment sind noch keine eingerichtet. Mit einem Klick auf Hinzufügen fügen wir die erste Staffel ein. JTL-Wawi geht hier standardmäßig in Zehnerschritten für die Staffeln hoch. Wir legen noch ein paar weitere Staffeln an und können jetzt feste Preise eintragen. Wir können übrigens beliebig viele Staffeln anlegen. Natürlich können wir die Staffeln auch anpassen. Bitte beachten Sie, dass es sich hier um den Stückpreis für die Staffel handelt. Also wenn ein Endkunde im Shop diesen Artikel zehnmal kauft, bezahlt er pro Stück 20 Euro. Wir tragen noch ein paar weitere Staffelpreise ein und bestätigen unsere Eingaben mit OK. Wir müssen nicht extra ins Menü gehen, um die Staffelpreise zu sehen. Im allgemeinen Reiter der Artikeldetails sehen wir die Staffelpreise für jede Plattform und jede Kundengruppe, sobald wir den Artikel öffnen. Wir können die Staffelpreise wie eben manuell eintragen oder wir benutzen die automatische Berechnung anhand des Standardverkaufspreises. Hier können wir für jede Staffel auch einen prozentualen Nachlass eintragen. Wir tragen ein paar Werte ein und schauen uns das Ergebnis an. Hier ergibt sich der Vorteil, dass wenn wir den Standardverkaufspreis anpassen, automatisch die Staffelpreise neu berechnet werden. Da wir unseren Einzelverkaufspreis auch mittels prozentualem Nachlass berechnet haben, hat sich dieser unabhängig von den Staffelpreisen bei uns auch direkt angepasst. Noch ein kleiner Tipp zur Übersicht. Standardmäßig werden die Preise in den Verkaufsplattform-Reitern in Brutto angezeigt. Mit einem Klick auf diesen Button ganz rechts können wir zwischen Brutto und Netto hin und her schalten. Dies war eine Übersicht für die Pflege von Einzelverkaufs- und Staffelpreisen in JTL-Wawi und ich freue mich darauf, Sie in unserem nächsten Videotraining zu begrüßen.